Ich habe in letzter Zeit häufiger in den Kommentaren gelesen oder auch teilweise in den Nachrichten, dass dieses Mal tatsächlich anders sei und dass wir jetzt tatsächlich einen Left Translated Cycle sehen, was im Wesentlichen nur ein fancy Begriff dafür ist, dass wir einfach das Peak früher sehen als normalerweise. Denn würde Bitcoin in diesem Zyklus dem ganz normalen Vierjahreszyklus folgen, dann würden wir das Peak irgendwann mal Ende 2025 sehen, beziehungsweise genauer gesagt im November 2025. Dieser Left Translated Cycle würde jetzt allerdings bedeuten, dass wir das Peak bereits früher sehen und eventuell sogar schon in diesem Jahr. Dieses Mal sind allerdings mehrere Dinge anders im Vergleich zu den vorherigen Zyklen, sodass sich jetzt die Frage stellt, ist dieses Mal tatsächlich anders? Denn wir haben in diesem Zyklus beispielsweise gesehen, dass der Lowpunkt von diesem Zyklus, also im Bärmarkt, tiefer war als das letzte Ort, als das letzte Eilzeithof vom letzten Zyklus. Das heißt, wer im letzten Zyklus hier zum absoluten Peak eingekauft hat, war selbst ja ungefähr fünf Jahre später hier über mehrere Monate sogar im Minus. Und das ist beispielsweise historisch einmalig, weil in den vorherigen Zyklen war es immer so, dass der Lowpunkt von Bärmarkt immer höher war, als das vorherige Ort-Term-High. Und zweitens haben wir auch in diesem Zyklus gesehen, dass Bitcoin noch vor dem HMGV hier ein neues Eilzeithof erreicht hat, was historisch betrachtet ebenfalls einmalig ist, weil normalerweise dauert es meistens so zwischen, oder hat es zumindest in der Vergangenheit, zwischen sechs und acht Monate nach dem HMGV gedauert, bis wir tatsächlich hier das letzte Ort-Term-High überschritten haben. Dieses Mal kam es allerdings deutlich früher. Deshalb schauen wir uns mal im heutigen Video gemeinsam an, ob dieses Mal tatsächlich anders ist, falls ja, was genau anders ist und vor allem auch, wie du dich da am besten drauf vorbereiten kannst. Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit Krypto zu tun hat, inklusive auch aktuellen Markteinschätzungen, wie beispielsweise heute, wo wir uns einfach mal die Zahlentaten und Fakten ein bisschen genauer anschauen. Lass uns an der Stelle mal ganz vorne starten. Und zwar würde ich mal behaupten, dass selbst die bullischsten Bitcoin-Maxis eines unterschätzt haben, genauso auch wie ich selbst. Und zwar, wie groß einfach die Zuflüsse in die neuen Bitcoin-Sport-ETFs sein werden. Und zwar, wenn du dir dazu mal die Statistiken anschaust, und hier fehlen jetzt beispielsweise die Daten von dieser Woche, aber wenn wir hier einfach mal nur den Durchschnitt nehmen, also was durchschnittlich pro Tag entsprechend in diese ETF fließt, dann siehst du hier, dass es ungefähr knapp 4.400 Bitcoins sind, die tagtäglich von diesen ETFs wie so eine Art Staubsauger entsprechend aufgesorgt werden. Das heißt, dafür sorgen, dass das Angebot von Bitcoin im Zuflauf immer und immer knapp wird. Und wenn nur die Nachfrage konstant bleibt, dass dann natürlich auch der Preis ansteigt. Auch wenn wir jetzt beispielsweise hier in dieser Woche auch Abflüsse gesehen haben. Deshalb wird auch aktuell diskutiert, ob nicht sogar der Launch von diesem Bitcoin-Sport-ETFs für Bitcoin so ein wichtiger Schlüsselmoment war, dass wir irgendwann mal in ein paar Jahren zurückschauen und sagen, ja, wir haben einfach jetzt eine neue Ära erreicht. Das heißt, wir haben die Zeit danach und die Zeit davor. Jetzt ich persönlich bin ganz klar dafür, schon allein aufgrund der Tatsache, dass ich hier am 10. Januar ungeworde und hallo, das kann ja schließlich kein Zufall sein. Was wir allerdings bei den ETFs auch gesehen haben, ist, dass wir da so eine Art Flywheel-Effekt haben. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo die Preise damals angestiegen sind, haben wir dementsprechend auch viele Zuflüsse gesehen und genauso auch das Umgekehrte. In dem Moment, wo die Preise gefallen sind, dass wir dann auch entsprechende Abflüsse gesehen haben. Das heißt, das ist ein sich selbst verstärkender Effekt, wo eben höhere Preise dazu führen, dass die Leute im Allgemeinen höhere Erwartungen haben für die künftigen Preise, was dann wiederum zu mehr Zuflüssen führt und mehr Zuflüsse führen dann wiederum zu höheren Preisen. Der Effekt geht allerdings genauso auch umgekehrt, wie wir es beispielsweise diese Woche gesehen haben, dass tiefere Preise dazu führen, dass die Erwartungen im Allgemeinen geringer werden. Geringere Erwartungen heißt gleichzeitig mehr Abflüsse und mehr Abflüsse wiederum tiefere Preise. Und das ist beispielsweise eine Dynamik, die ich persönlich nicht erwartet habe, weil ich eher davon ausgegangen bin, dass die Leute, die in solche ETFs investieren, dass es eher Leute sind, die per DCA das Ganze besparen. Aber das hat wohl auch einige Retail-Spekulanten entsprechend angezogen. Das heißt ja, diese ETFs genauso auch wie diese Dynamik mit den Zuflösen abflüssen, ist definitiv was, was Neues in diesem Zyklus und könnte auch grundsätzlich darauf hinweisen, dass dieses Mal tatsächlich anders ist. Was allerdings nicht neu ist, ist die Tatsache, dass wir nach so einem massiven Pump jetzt entsprechende Korrektur sehen. Das ist hier beispielsweise der vorletzte Zyklus, wo du hier im Bullrun erkennen kannst, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 größere Korrekturen hatten. Alle so um die 30%, teilweise sogar knapp 40% und das während diesem Bullrun. Historisch betrachtet ist auch die aktuelle Korrektur mit ungefähr 17% sogar eher gering. Schon allein wenn du das mal vergleichst mit den vorherigen Zyklen. In diesem Zyklus war beispielsweise bisher die mit Abstand Größe Korrektur, die wir im Bullrun gesehen haben, ungefähr 20%. Im letzten Zyklus waren es knapp 63%, im vorletzten Zyklus ungefähr 36%, im Zyklus zuvor 72% und ganz zuvor knapp 50%. Das heißt, dass der Perspektive ist, dass was wir derzeit sehen, eher so eine Art Mückenstich, da kann man schon gar nicht wirklich von einem Crash sprechen. Was sich in diesem Zyklus ebenfalls nicht geändert hat, sind unsere Emotionen, genauer gesagt Angst und Gier. Deshalb gehe auch ich persönlich nach wie vor stark davon aus, dass wir gegen Ende von diesem Zyklus eine große Spekulationsblase sehen, die wieder Gier getrieben ist, die dann irgendwann mal platzt, bevor dann der ganze Kryptomarkt wahrscheinlich um mehr als 50% korrigieren wird. Was sich ebenfalls nicht geändert hat, ist, dass Bitcoin nach wie vor stark korreliert mit der globalen Geldmenge. Schon allein wenn du dir hier mal dieses Chart anschaust, in Rot der Bitcoin-Preis, in Schwarz die globale Geldmenge. Und wie du hier erkennen kannst, das korreliert schon relativ stark. Das heißt, sollte die globale Geldmenge weiterhin zunehmen, dann sollte demnach auch der Bitcoin-Preis zunehmen. Das ist zumindest die Theorie, die Raupau ziemlich stark verbreitet. Was in diesem Zyklus ebenfalls nicht anders ist, ist die Tatsache, dass die Narrative dem Preis folgen und nicht umgekehrt. Ich würde auch mal behaupten, dass da Solana das absolute Paradebeispiel für diesen Zyklus ist, wo du hier beispielsweise erkennen kannst, dass das Dex-Volumen allein in der letzten Woche höher war, als das von Ethereum aufgrund von dieser Meme-Coin-Mania, was wir derzeit bei Solana sehen. Denn wenn du dir mal da genauer anschaust, wie es genau dazu kam, dann stellst du fest, dass damals zu diesem Zeitpunkt hier der Preis stark angestiegen ist, was wiederum dazu geführt hat, dass danach die ganzen On-Chain-Daten besser wurden. Und bei die On-Chain-Daten besser wurden, hat das wiederum dazu geführt, dass der Preis noch besser wurde. Mit höherem Preis hat das natürlich zu mehr Aufmerksamkeit gesorgt, was dann wiederum für einen höheren Preis gesorgt hat. Und mittlerweile, allein wenn du dir hier mal die letzten paar Wochen anschaust, stellst du fest, dass das Dex-Volumen hier bei Solana absolut explodiert ist, weil es lauter ICOs für die ganzen Meme-Coins gab. Genau auf die gleiche Weise gehe auch ich persönlich davon aus, dass Ethereum noch in diesem Zyklus seine Aufmerksamkeit bekommen wird. Und zwar zunächst mal, weil der Preis ansteigt. Und weil der Preis ansteigt, gibt es dann die ganzen Narrative, die dann wiederum dazu führen, dass der Preis noch mehr ansteigt, auch wenn jetzt momentan aktuell ziemlich viel Fatt um Ethereum verbreitet wird. Ich persönlich gehe zudem davon aus, dass das Harving Event dieses Jahr, genauso wie in den folgenden Jahren, immer und immer irrelevanter wird. Aufgrund der Tatsache, dass einfach früher noch die ganzen Bitcoin-Miner teilweise zu den größten Haltern von Bitcoin gehört haben und die entsprechend auch einen großen Einfluss hatten. Aber jetzt durch die ganzen institutionellen Halter, glaube ich, dass dieser Einfluss im Zeitlauf einfach immer und immer geringer wird, sodass es irgendwann einfach komplett irrelevant wird, ob noch ein weiteres Harving Event stattfindet oder nicht. Zumindest für uns natürlich nicht für die ganzen Miner. Das heißt jetzt zurück zur entscheidenden Frage, ist dieses Mal tatsächlich anders? Sehen wir tatsächlich jetzt einen frühen Zyklus? Ich glaube, da ist die unbequeme, allerdings ehrliche Antwort die, und mit der sollte sich wahrscheinlich jeder anfreunden, dass es einfach keiner weiß. Auf Twitter findest du bereits viele wilde Spekulationen von irgendwelchen Chart-Analysten, die mittlerweile davon ausgehen, dass wir das Peak bereits im Dezember dieses Jahr sehen. Manche gehen auch davon aus, dass wir einen Double Peak sehen, mit dem ersten Peak irgendwann mal zwischen April und Juni, und dann das zweite finale Peak irgendwann mal Ende des Jahres. Jetzt ich persönlich habe natürlich auch keine Glaskugel, aber für meine Strategie spielt es auch nicht wirklich eine Rolle, ob wir tatsächlich noch dieses Jahr oder erst irgendwann mal in den nächsten Jahres das Peak sehen. Solange wir tatsächlich jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren irgendwann mal das Peak sehen, bin ich auf jeden Fall mit meinem Portfolio so vorbereitet, dass ich auf jeden Fall davon profitiere. Lieber bei mir persönlich ein stinknormaler für Jahreszyklus, sodass wir irgendwann mal Ende 2025 hier das Peak sehen. Aber was ich will oder nicht will, das ist dem Markt völlig egal. Das heißt, wir müssen den Markt immer so spielen, wie er entsprechend ist. Ich denke auch nach wie vor, dass alle Preise unter dem letzten Ort einmal Mitte- bis Langfristig tolle Einstiegspreise sind. Und wer im Kryptomarkt mit einem langen Zeithorizont unterwegs ist, der gehört so oder so zu den Gewinnern. Also von daher, dass jetzt einfach nur ein bisschen gedüllt haben, und alles andere kommt dann automatisch. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017